wie da bin ich wieder momentan noch nicht aber das wird sich dann ergeben jetzt gehe ich jetzt mal wieder hoch und hier muss noch zaun jetzt hin hier kann ich dann auch über den zäunen stellen noch und dann kommen hier lauter pilze rein sobald es gewachsen ist wächst das eigentlich so ich weiß gar nicht ob das so von sich aus wächst ich stelle es dir mal aus indem ich die fackel direkt drauf stelle aber ich würde mit sehr kein licht zum wachsen doch mit z braucht sich das dort aber auch was so gut habe ich noch platz im winter habe ich noch ein bisschen wie machen wir jetzt weiter ich würde gerne dass man das feld abwehren jetzt dazu war ich gerade dabei die hier zu produzieren so so Mist das war so nicht geplant ok und jetzt sind noch hier hinten weiter machen habe ich genug platz ich glaube ehrlich dass das reicht ich möchte einen baum oder so haben wir irgendwo einen baum da hinten sind müsste er wächst noch nicht so gut na ok was macht der block hier keine ahnung hat wahrscheinlich wie ein endermann sich gedacht hey trolling trolling hart trollalalalal so und hier kommt ans krassel es war ein riesen lücke hier die jetzt hier einfach geschlossen indem wir immer vorbei sind und gras dabei hatten das hier reingetan haben nicht schlecht mein jung nicht schlicht hier wieder endermen gedrolt und hier stehen noch ein paar bäume die wir uns holen können maschine muss ja nicht viel holz sein nur ein bisschen so hier dann auch und der dann auch und hier haben wir noch einen und da ist noch der letzte ok hier geht es runter dann sie müssten doch eigentlich extrem hilf sein richtig ich überlege gerade ob wir hier noch wo wir noch bauen da hätt ich jetzt voll bock noch zu hätt ich jetzt richtig bock zu wir haben jetzt noch insgesamt 27 folgen hier wir haben die säge holt das haus kriegt man eh nicht mehr fertig in den 27 folgen weil wir gar nicht genug stroh zusammen bekommen kurz schlafen gehen so wie sieht sie aus nicht schlecht nicht schlecht so eigentlich schon weil da nichts passiert ist aber ich wollte sagen mal was positives sagen schaufen 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 ok das weg, das weg, das weg, das weg und zum umschluss noch die erde weg jetzt muss man ja mal schauen eigentlich kann das so bleiben das sieht doch gut aus 3 oh man kann was aufheizen bauen, das wisst ihr auch noch nicht lol warum auch nicht 1,2,3,4 nein, go, so so da hätten wir das man könnte das natürlich auch ganz anders machen wie jetzt, warum reißt du wieder alles ab? ich reiße nur diesen einen baum ab und sage mir dann, ich packe hier noch einen hin mache hier zu so dass das hier im endeffekt geschlossen ist so 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 dann sage ich jetzt einfach mal so 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 und so 1 oder 2 Felder hoch sieht das gut aus option ressource pakete nach oben fertig moment schauen gleich mal sobald es geladen hat das dauert ein bisschen länger wenn ich aufnehme dann verdoppelt sich die werde ich bereit sein und auf 1000 480 auch so wie es gerade aussieht fünf stunden darauf warten das ist völlig gerendert sich neu informatiert hat irgendwie so hallo spiel so sieht es besser aus ok und dann noch mal hier logischerweise einen edlen kiesweg tadaa so sieht es hier aus so so